Hallo Grafik Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Ich möchte auch ein Geschenk bekommen, so ein CSP-Geschenk Ja, dann kauf mir eins Scheiße, es wurden ganz neun Geschenke, Alter, Wahnsinn Ja natürlich, ich dachte, du wirst Geh mal A, geh mal A oder was? Nee, AfK sein Ich bin jetzt, also Blau ist schon AfK Was? Alles klar Ja, das ist, wie ist das? Färben ist das Nee, Sekten-Färben Oh Wenn es jemand anderes Ich gucke euch zu ganz färben Hier, hier ist so jemand, der lebt Hm, ich weiß noch nicht, was ich tue Ich bin unschlüssig, ob ich durch die Tuch gehen soll oder nicht Also Flo 11 ab Oh, er geschossen Und Nicole, fielst du die Gegner mal wieder Entschuldigung Immer nur am fliegen Ich werde mich von outside genommen Oh Werden wir von outside genommen Alter, dann Nühe geht auch mal wieder Einer bei der Türe An der Türe Fisch Komm Flo, rennt um die Decke Komm, dann kling Flo Wahnsinn Flo Alter, guter Junge Das hätte Flo nix anderes klärend Komm Flo, jetzt rasch die Tür raus Wahnsinn Wollte ich noch mal kurz erwähnt haben Nein, das ist zu einfach Einer ist hell Ja, ist ja auch zu einfach Ah, ich bleib Der ist outside gerannt Der eine Der muss smuffen Mann, da hängen ja Lichterketten Mann, sind die schön Ähm, Wenz Ne, der ist noch nicht Wenz Der ist über Wenz Aber ich hab einen F-Gang immer noch Wow Wow Alles klar, hab ich gesehen Und tschüss Und tschau Bis morgen Flo, lauf Secrets rein Flo, schnell die defusions Schau uns Flo, lauf Nice Let's noch 50 AP Der ist vent safe Flo LOL Jetzt schnell Flo, rennt Der defused Nein, der defused doch nicht Der defused doch Der defused doch Renn, renn, renn Gib ihm doch einen Kopfschuss, Junge Ja, der Kopfschuss Egal, der schafft den Egal Lappen Richtiger Lappen Kannst du mal essen Ich hab ihm den HP gegeben Ja Ich hab schon 3 Vakanties kommen Speziell Ja, jetzt kommen die Ausreden Ist klar Ich schon seit einem Monat nimmer Ich hab IPing, Junge Nico, du hast gestern erst gespielt Und heute Morgen Und vor 5 Minuten Ah, Nico ist witzig, oder? Nur so zu Infos Meine erste Runde heute Ich darf schlecht sein Nein, darfst du nicht Du musst Pro geben Du musst hier carry'n, Alter Ich darf schlecht sein Du bist schlecht Du bist schlecht Äh Andreas Möchtest du jemals wieder Unterstützung? Halt die Fresse Okay Das war Andreas Was? Der hat mich keine Unterstützung mehr Ich bin Ich bin schlecht Ich weiß nicht schlecht Aber ist echt so Bis auf YouTube war es schon knappe weniger Ich geh nie wieder durch die Tür Die Tür ist böse Flop oben seiner Über dir seiner Der kann nichts außer fließen Nice Wow Jetzt zöttet auch mal was Feind Oho 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 nochmal durch die Tür durch und sterb wieder. Geil, ist cool. Ich mach das so, wie Profis das immer machen. Ja, aber Profis schon sterben oder was? Ja. Ganz nach dem Niko-Style. Ja. Mir fällt auf, wir fängen niemals T-Side an. Das gibt's so gar nicht mehr. Really? Okay. Marke, wenn ich mich... Ich glaube, wenn ich mich erschrecke, jetzt schieße ich unaufsichtig aus dem Kopf. Da ist einer, der push, I need to port. Der kommt ja dann. Loll! 70 bei der Tür. Oh, und eines bloßes Häuschen da. Das gibt's nicht. Ich habe auf den seinen Kopf geschossen und dann treffe ich nicht. Was hat der da dauernd? Wer lebt denn noch? So, wir sind auf jeden Fall jetzt bei Pro. Flo, Flo, ja, das machen wir. Easy. Ich habe meine One-Diegel. Flo, jetzt auf dich. Das wäre ein Headshot gewesen. Hätte ich nicht Hyping. Anders blaues Haus. Wow. Einer Radio. Einer noch. Vortür, Vortür, Vortür. Da, genau. Einer Radio und einer da. Push den einfach jetzt, Junge. Ich habe drei AP. Ja, push den doch jetzt. Guck, der letzte ist da vor der Tür. Mach bloß nicht auf. Die Tür ist aufgangen. Die Tür ist aufgangen. Die Tür ist aufgangen. Die Tür ist aufgangen. Ärger bin ich hier rein. Er ist der Weihnachtsmann. Lass ihn rein. Also, Flo, du musst jetzt was tun, ne? Scherben, Applaus, Flo. Du hast was getan. Ich bin stolz auf dich. Seid alle schlecht. Ich glaub's. Ja, das ist echt so. Nico ist der schlechteste. Wollte ich nochmal kurz erwähnen. Du bist gut. Farben, kannst du mal was droppen? Irgendwas billiges? Ja, okay. Was, was? Kannst du mir eine Schrotflinte? Irgendwas billiges. Ja, hier. Das ist cool. Hab ich eben zwei Headshots gemacht. Danke. Ich spiel's nur noch für Diegel. Ja, okay. Nein, ich will, ich... Ich wollte Diegel. Ja, hab ich da ne Shotgun gehört. Ich mein, eine Revolverwaffe. Die sehr gefährlich ist. Wenn ein Boost mich mal wird, ja? Ja, wenn du die Bombe mir gibst. So, jetzt gehen wir mal... Jetzt starten wir mal das Spiel g'schart, ja. Ich hab gar keine Bombe. Los! Los! Oh! Geh doch nieder, Mann! Aber blämst du mich denn, du Rita? Ich hab einen Tart, Alter. Und zwar geb ich dir nen Headshot. Wo ist ne AWP? Wenn wir oben auch noch... Nooo, wenn's red! Outzeit, einer tot. Da ist noch einer! Eine zu Port! Okay, der ist tot. Junge Flo, du hieß mich. Guck mal, über die... AAAAAAAA! Oh, er tötet mich halt fast. Guck mal, wir haben Spawn, Alter. Und dann... Danke, Firben, für deine AK erst. Damit hab ich gerade gute Kills gemacht. Ja, und der D. Immer wieder gerne. Und willst du noch von uns gehen? Nein, passt schon an. Es ist alles cool. Hast du noch ne D... Jetzt musst du aber n Kill mit der D. Okay, mach ich, mach ich. Nur weil du es sagst. Firben, booste mich nochmal. Hey, bitte? Ja, aber wenn du mir die Bombe gibst? Ich hab gar keine. Ja, dann hast du n Problem jetzt, ne? Junge, komm. Du musst doch erster werden. Achso, sorry, ja. Das kann ich... Das kann ich verstehen. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Afkala, oder was? Oh, jetzt haben wir auch noch einen Afkala, oder was? Ich tue 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 tue. Hi. Sorry. Hast du mich noch mit grad geklaut? Ich meine, ich denk, man was ist da los, ne? Ja, gerade zu tot. Danke. Nico, warum schieb ich mit dir? Ich hab natürlich keine Waffe, weil ich abgabe. Entschuldigung. Ich hab nicht unter wie du heißt. Ja, ja. Das ist Seven. Das ist Seven, ja? Ich tue den jetzt. Entschuldigung. Das geht noch so. Ja, kein Ding, Jungs. Oh, wer wollte da? Töte den mal, den Spasti da. Ich hab schon zu viele Leute angegriffen. Jetzt schon? Ja. Halt auf, wen hast du denn alles angegriffen? Jedenfalls, ja, jeden einmal. Ja, aber das ist ja noch nicht so schlimm. Denkt man sich wascht da los, ne? Was passiert hier? Ja, wenn du mir die Bombe gibst? Ja, ich geb sie dir da oben. Okay. Gib sie denn da oben? Bip! Nein! Da ist mit Strom! Oh, Nico kann ja nichts ohne die gehen, ne? Weil ich den... Ohne Diegel kannst du nichts außer des UG, Jungs. Ja, okay, dann kann ich halt nichts. Ich hab halt den Diegelkill versucht zu haben. Ja, ich hab die Diegel aber nicht gehört, wo du geschossen hast, ne? Ja, selber schuld. Ich hab's aber gemacht. Doch, ja. Geschossen. Aber er hat nicht getroffen. Oh, ja, einmal Kopfschuss. Und dann dazu... Aber im zweiten Schuss hab ich dann nicht mal gefehlt, weil er mit der Schrot gekommen ist. Wahnsinn! Wir haben drei Arbeiten im Team. Wahnsinn! Alter, ich hab nur die gehen, die ich's viel besser als habe. Ja, sehe ich eh, wie du nix triffst, Alter. Nice flop. Wer ist minus 22? Wo ist denn mein Backup? Ich möchte hier sein. Ihr scheiß Camper, Alter. Da kommt jemand von hinten. Glaub mir. Ich hab die gleiche Spielweise. Ich kämpfe einfach nur, wo so ne lange Pension vorbei ist. Die werden sich jetzt nicht mehr... Ja, Flo, los! Links, klick! Komm, gleich Siegerts hoch, wahrscheinlich. Flo, du weißt, wo Siegerts ist, oder? Ja. Genau. Können wir kurz ne Outzeit machen? Oh mein Gott! Flo, jetzt wissen sie alle, wo du bist, ey. Los, gehst du, Flo. Drück mal auf 1, bitte. Oh mein Gott, Flo. Ich hab' ihn doch angeschossen! Ist das ab? Ach so, Färbenkipp? Nein, nicht Auszeit. Doch, mach jetzt! Boah, du, für was braucht man auch Zeit? Ich muss scheißen gehen. Wird's ernsthaft? Ne, vielleicht. Also, es wäre... Arsch! Also, warte, äh... Du musst... Blechen! Nee, 6 Sekunden reicht. Oh ja, spring, spring! Oh, jetzt geht's nicht mehr. Ach, du! Jetzt brauchst du's auch nimmer. Doch, das Geld! Das Geld ist wichtig! Ja, blend doch! Was machst du? Was machst du denn? Wieso Auszeit? Wieso Auszeit? Ja, weil Färben kacken gehen muss. Oh, unnötig, Mann. Soll ich dir behindert? Ja, was ist, wenn wirklich ein Notfall ist? Ja, ne? Da geht jetzt kacken. Zum Beispiel, so wie jetzt, wenn mein Essen kommt... Ich geh einfach AFK, mir ist scheißegal, Mann. Der eine muss kacken, der eine muss essen, Alter, was ist los? Nee, ich muss mein Essen bezahlen. Und ich bin Erster. Und ich bin Erster. Ich bin Zweiter. Geil. Durch die beiden Evil-Leute Letzter. Warte, warte, es hat gelartet. Ja, lauf! Du hast 40 Sekunden, wenn nicht warten wir da. Wenn nicht, mach mal kurz alleine Flo, ich und du. Und Yannick. Easy. Nee, Yannick. Guck nur zu. Wirklich? Dann ist es der Reeve. Wer spielt jetzt mit, Reeve oder Yannick? Ich. Yannick. Okay. Alles klar, Flo. Lüg nicht. Alter, Färben. Färben hat sich gerade mal auf die Schüssel hingesetzt und Hose runtergezogen. Und die Auszeit ist vorbei. Hm. Ja, ist mir wurscht. Komm, wir schaffen das jetzt, Flo. Wir müssen einfach campen. Zum Glück sind die beiden eh weit hinten hier versteckt. Ich nehme Färben die Bombe ab. Woow. Die, die, die. Kannst du ja nicht nehmen. Nimm mal nochmal jemand die Bombe ab, ich weiss das gar nicht. Gar nicht. Er muss die droppen. Achso. Ahja, man kann's nur einen Bot abnehmen, genau. Wir müssen einfach campen, oder? Allo, ich schau, mein Nächsten war noch nie so schnell da. Noch nie. Da waren die Bastarde wohl schon. Nice, Nico. Mann, eine Auszeit, AWP. Es gibt's nicht, die Hecken ja. Wow, AWP ist in der Garage. Alles klar. Brauchen noch. Alles klar. Hallo. Hi, Fern. Ähm. Wie war dein Kack? Ja. Authentic in der AK. Recht. Da? Ich bin gerade auch. Oh nein. Er soll wieder rauskommen, dieser Wichser. Wo denn? Auf was, oben steht einer, oben steht einer mit AWP. Is A clear? Der traut sich aber nicht raus. Is A clear, meine Frage? Ja, A is clear. Los, A. A is clear, jaja. Anti-Mate. Ah, letztes Radio, Jungs. Ich brauch Support. Oh Gott. Alter, der gibt mir halt Auge. Der 50 AP. NICO! Oh nein! 50 AP, rechts, Klaus. Nice. Wahnsinn. Alter. NICO, das war ja das schlechteste Aim, Alter. Ja, sie haben das per Update runtergeschraubt, diese AK Sprays. Ich kann nochmal scheißen gehen, geil. Ich kann nochmal scheißen gehen. Warte, ich hole mir ein Besteck für mein Nächster. Ich hab kein Ding. Was? Warum haben wir wieder... Achso, die Antiterroristen. Vielleicht muss jetzt von denen jemand kacken gehen. Ach, die lauter, die ganzen Scheißer da. Hey, was soll das denn heißen? Der Scheißer ist immer noch erster hier. Jetzt machen sie Hex an. Oha, wie Flo. So, ihr fetten Kinder. Jetzt brauchen wir gleich 10 Auszeits. Ja. Ich geh jetzt auch noch kacken. Wenn du kacken bist. Nein. Der fette Andy geht jetzt essen. Ja, du kannst ihn nebenbei essen, Alter. Hör dich jetzt um! Rechts! BAM! Alles extremst heiß. Easy. Easy. Jetzt hast du mir Hunger gemacht. Ich bestell mir jetzt auch was. Aller schönste Haus, Mann. NICO. Awesome. Soll ich dir Fotos schicken, NICO? Ja, schick mal, schick mal. LOL. Bist du verarschen? Nur ein ganz kleines Schnitzi. Ja, wahrscheinlich, Alter. Riesig einpackt so. Boah, so mega XXXXL und dann nur so ein kleines, so ganz klein. Nur Bröserl. Ein Bröserl verpackt, das wärs. Bröserl verpackt, bist extrem. Färben, hör auf, ich bin nicht da, Mann. Aber ich muss nur grad mein Essen vorbereiten. Kannst du mal aufhören, in der AFK rumzustehen? Ey, willst du nur Scheiße? Ich hab mich beschlügt. Ich hab mich beschlügt. Hey, wer will auch Scheiße, du Lappen. Wo war's der Plan? Max, ich wollte. Willst du da drauf? Ja. Die Bombe hast du ja schon von mir bekommen. Kann sein, dass Carriage in AWP steht. Ach, ich hab ein Revolver. Und wir haben schon wieder einen AFK, ey. Jedes Spiel. Könnt ihr auch was anderes aus? Jede Runde. Ja, tschüss, ich geh, Jungs. Was ist clear? Ha? Garage. Alter, das ist nicht der AFK, Mann. Ich muss nur kurz ein Foto machen für Nico. Foto kann warten. Ich blente. Ich blente A. Achso, ich hab die Bombe gar nicht. Das ist jetzt Flo. Das ist Gott, Junge, Alter. Das geht drauf, Junge. Vielleicht hat's auch Flo gemacht? Drei! Komm mal, war Flo. Ja! Feuerwehrwisch! Ich wollte ihn töten. Das war geil. Ich wünsche euch auch nicht. Ich hab so richtig gesprayt, aber ich hab die... Ist klar, Flo, jetzt drück nicht noch ran. Warum? Flo, vor Nico... Drei Leute gekommen. Nico, schau auf WhatsApp. Schau ich gleich. Mein Lämpchen leuchtet noch nicht, das Foto ist noch nicht da. Jetzt ist's da, jetzt ist's angekommen. Ja, guck. Oh, jei, jei, jei. Wieder ein AFK. Nein. Kann nicht sein. Er wollte da mich jemand anschießen gerade? Ja, klar. Dazu gibt's noch ein fettes Retool und ein Cola. So, komm mal. Und ich glaub, einen Salat gibt's da auch noch. Willst du wieder hoch? Nö, ich will den Headshot geben. Warum? Ja, weil du mich anschießen wolltest. Muss du dich in meinen Schuss feststellen? Ja, muss ich. Junge, jetzt hör auf! Arschloch. Ich bin in meinen Schuss gesprungen. Period. Gar nichts mehr. Du bist in meinen Schuss gesprungen. Ich blend. Ich blend A. Niko, blend ich A. Niko spielt DUD-Waffe. Niko, guck doch nach oben! Echt? Niko spielt. Oh, das war Leck. Das war Leck. Das war Leck. Das war Leck. Nee, aber ich war in die Leiter. Die sind voll idiot. Oh, halt. Lol. Hat mir meinen Kill gestohlen. Er hat Killsteal gemacht. Wirklich. Jetzt kommt Heaven. Ich krieg den einfach nicht. LOL. LOL. Er gibt einfach... Er defused. Er defused. Er defused. Noch nicht. Er defused mich schon. Der ist unnittbar! Der ist voll gut. Boah, der zückt. Der ist ja voll gut. Ich darf den Niko-Bomber haben. Boah, Andreas. Das schaut ja richtig... Boah, wie viele Bombe es da sind, Alter. Der hat ja gleich mal ordentlich was rausfrittet. Färben gibt's mir eine Integel. Ja. Was gibt's da noch? Warte mal. Ein kaltes Red Bull. Ein Pepsi. Iiii, Red Bull, Alter. Geh weg. Und sogar noch Salat. Iiii, von Salat-Schrumpf. Wie viel hast du gezahlt? Oh, zwei. Das ist ne gute Idee. Warte kurz. Wo ist meine Rechnung? Eine AWP ist outset. Ähm... 13,48 Euro. Wie kommen uns alle hoch? Wer will der hoch? Ich. Nein! Ah, jetzt schau ich! Niko kann halt nie... Ja! Tschuldigung! Ah, die sind zu dritt outside, Junge, Junge! Zu vorn! Ne, zu dritt vor. Drei Leute outside, Junge! Drei Leute outside. Ja, da kommt Molotow geflogen. Guck mal einer auf den Schacht. Auf den Schacht oder in den Schacht? Nee, auf den Schacht. Oder auf den Schacht. Nee, auf den Schacht. Du hast Flo richtig verstanden. Du sollst gucken, dass sich der Schacht nicht von der Stelle bewegt. Das ist echt so. Das soll noch bleiben, wo er ist. Nice. Nice Flo, Alter. Du bist echt voll lecker. Ja, Flo. Du bist doch normal. Du bist besser als Mr. Schota und Mr. Föhrer. Alter, Flo, hast du gerade das Glas zerstört? Weißt du, was das für Reparaturkosten sind? Flo, die werden da gleich vor deinem Terroristengehalt abzogen, ja? Die Fensterscheiben. Das Geld gibt's gleich mal mir, ja? Du hast gar nicht verdient. Schönes Fensterscheiben. Ja, hau doch. Oh! Du sagst B, komm, B. Ich bin B. Ah, da ist keiner. Alter, Flo, du hast nicht gerade das Glas zerstört, oder? Ja, Flo wird kein Geld mehr haben am Ende des Tages. Alter, das ist echt so. Wenns, 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 wenns. Die Digelskits sind da. Nice. Du sollst nicht mal den Kopf treffen und dann überlebst du länger. Sehr stolz, Flo wird die Sonne noch sterben. Fenster. Wo ist der? Wow! Nimm die M4! Nimm die M4! Nimm die M4, Junge! Danke, Arsch! Was schreist du so Showtime? Geruhigt's euch! Was ist denn los schon wieder? Kommt's mal wieder auf den Teppich, ja? Da hat er diesen Heck gerade, man. 12, 5, easy! Nicht gut, Streifflächter. Ja, Flo hat er echt angemacht. Flo hat sich jetzt extra Hacks runtergeladen. Die sogar funktionieren, Flo. Wenn ich das schon höre, welche funktionieren denn nicht? Wer will da hoch? Keiner, okay. Es dauert bestimmt Hacks von solchen Billingsleiten, Alter. Alter, Nico, du hast so ein... Hehehe! Das willst du denn nicht? Echt so, du Lappen! Danke! Boah, die sind genau über der Türe! Auf A sind die oben! Bei der Türe, über der Türe! Ja, dann geht doch nicht A! Über der Türe! Färben, über der Türe, oben! Über der Türe! Warte, 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 warte! Da oben sind sie! Ja, da oben! Rauf, 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 rauf! Na! Rauf, ja, genau, ja! Rauf, ja, genau, ja! Hörn sich mal, entschulde mich vorher! Ich folge jetzt unser Carry, unserem Carry! Gutes Gymnade! Ah, ist clear! Ah, ist clear! Meins! Ich hab ihn gekillt! Und passiert! Und passiert! Und passiert! Sag mal, was der da macht! Ja, der Flo da, der... So kenne ich gar nicht von dir, Flo! Kann man ja schon öfters mit dir spielen, als wenn's bloß so gut ist! Ja, ne? Ja, der hat einen! Ha, lol! Na schon! Aber das... Das war der andere! Kevin möchte aufs Dach! Keiner, okay! Doch, ich... Ich komm! Ich komm! Sogar mit Bombe! Gib mir die Bombe! Alter, wir haben nur noch zwei Gegner! Wir haben nur noch zwei Gegner! Ja! Auf A wieder oben! Jedes Mal! Ich geh nicht mehr... Ich geh gar nicht mehr auf A! Nie wieder! Letzter ist auf A oben! Letzter ist auf A heaven oben! Kevin, oder was? Ja! Oh! Easy, fam! Easy! Ey, du hast mir den Fuß angeschossen! Alter! Flo, hier, die Waffe brauchst du! Die unter dir! Doch, nimm die jetzt! Ich hoffe, wie war die hier! Ich hoffe, wie war die hier! Wut, wo jetzt geht's los? MIGGEL! Ist das Showtime? Halt deine Fresse, du hast als Erster geschossen vorhin! Echt so? Vorhin vor zwei Jahren! Wenn die Runde zu Ende ist! Ist doch nicht okay, Mann! Ich schmeiß ne Flash an die! Du Basti! Alter! Alter! Richtiger Sp... Mensch, Andreas! Wenn die Runde zu Ende ist! Dann tut's dir auch kein Schaden mehr, Alter! Doch, das juckt mich voll in die Füßen! Jetzt häng ich die ganze Runde mit los! Also bin's clear! Heul nix! Flo! Doch, ich heul aber! Er wollte nicht mit! Ah! Rampel! Rampel! Ah! 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 Ah, da ist B unten! Ja, Rampe! Dann töten wir ihn! Okay! Loh! Er ist gesperrt! Den wollte ich mir noch holen! Ah! Es ist nix! Ich glaube, er ist tot. Ich glaube auch. Alter, zwei Pots. Hey, jetzt mit meinem eigenen Skam. Das Antroteam darf nicht aufgeben. Ich will noch Antiterroristen ein bisschen spielen. Dann können wir noch ein Game mit Flo machen. Nico, nimm ne Negget. Oh mein Gott, ihr wart alle voll Flash, ihr Lappherden. Wow. Wow. Der Typ schmeißt einfach ne Granate an. Scheiße. Er hat keine Granaten wohl, außer Flash. Leute, die haben halt alle im Scheißband. Ja, hier wäre voll Flash. Oh, wenn ich noch einmal einen Gegner, einen Teamkameraden angreifen, kriege ich einen Bann. Alter, wollen wir es forcen? So was von heaven, Alter, Junge. Krieg's. Ich bin runtergefallen, ne Flo. Ich kann nicht die Leiter hoch. Da clear, Jungs. Die sind doch ETs, Alter. Ich hab zwei Kills. Oh, bin ich. Blend noch. Ah, Alter. Ich blend gar nicht. Komm, seid ihr jetzt alle gestorben? Ja, weil da jemand nicht decken kann. Wo ist der denn? Unten. Das ist die Bombe. Okay. Da in dem... Er ist schluss. Wir haben ja genau da. Er ist rechts. Hast du grad wenigstens aufgemacht, Flo? Ja. Ich bin schon scheiße auf dich, dass du das kannst. Rechts im Raum. Da. Nein, anders. Du hast ihn gerade gesehen. Da, ja, da ist er. Schau dir an, schau dir an, schau dir an. Schau dir an. Da macht so eine cool... Ah, ja. Da brauchst du mir eine? Ja, natürlich. Aber doch. Der Zeiss ist schon ein bisschen stark, würde ich sagen. Jetzt auch eine Kaufe. Ja, so ist. Flo, sich ja so. Du, das auf der Zunge, glaubt ihr, weh? Ja, aber da hat sich jemand die Waffe abgeguckt. da wollte jemand so wie sein den Rest in der Ecke Lachigi sie ging traurig aber soll ich dir was sagen Nico das Gott um blöd weißt du wie geil das ist man ich glaub's da das ist gerade nicht das Thema ich gehe auch aber ging es ja warum jetzt ging ich gehe an die Achtung mehr an ja genau immer kleiner ja vielleicht weil der nicht ja es reicht einmal wieder Die Rampe, safe call mit den 3 Bots Die Bots, kommst du, pass auf Los, brenn Hier sind ja nie alle Bots LOL LOL LOL, schafft es ihn vielleicht nicht, oder was? Ich wollte die Messer haben Tüte die jetzt, Nico, los Mach ich ja schon Reg dich nicht auf, ja? Reg dich nicht auf! Dann werde ich angeschossen Ich bin jetzt out Warnung, weil ich's kann Warnung, wenn die weitere Teamkameraden angreifen, werde ich ausgeschlagen Ich darf keinen mehr Schaden zufügen, weil ich das fliege ich raus Ja, auch nicht Ja, 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 ja Macht ja auch so viel Teamschaden, ja, Klappen Wirklich Weil ich es kann F*** F*** Alter, auf! Seid da! Loll! Rausschmeißen hier AHHHHH AHHHHH Hey Oh mein Gott Ey, ja, ja, hier, wir wollen ja nicht unfair werden Warten, sie werden von selber ausgeschlossen, indem sie einen Meister nicht hinbringen, okay Ja, wir müssen das Shorttime rauskicken Ach, Menno Nein, das ist ja... Mach ne Anfrage, jemand Ja, ich hab jetzt hineingedrückt, du Wichser, sonst wärst du rausgeflogen Nee, das war dein Freund da Der Janik, wie der heißt Den haben wir eben versucht Ja, und ich hab ihn hineingedrückt Und jetzt versucht er mich zu... Ja, du Hörner, Mann Hä, wieso? Also... Ich war der einzige, der was auf ihn hineingedrückt hat, Mann Hä, wenn ich die Abstimmung mach, dann... Wenn ich die Abstimmung mach, dann... Wenn ich die Abstimmung mach, dann ist automatisch... Nico, drück doch mal auf ein Freund jetzt Nein Nico, jetzt mach! Rölk! OHHHHH Last Showtime drin OHHHHH Das wär so los hier am Ende Ja Jawoll! Wieder ne... Wieder ne Candy Apple Schon wieder bekommt Nico, was? Ja Was bist du für... Oh, Mann Ja, weil der Kisten immer öffnet Oh, ich hab keinen Uprank bekommen Außerdem habe ich gerade Level Up gemacht Mhm Alter, ich... Also gut! Das war's mal wieder für eine coole, spannende Folge Und reingehauen!